So Freunde, es geht weiter. Wir versuchen es nochmal. Und zwar haben wir hier bedeutend mehr Gegenwehr. Und zwar... Oh, scheiße. Und zwar haben wir das Luftschiff über uns. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt umbringt oder feindlich ist es auf jeden Fall. Okay. Ja, wir sind wieder fast bereit zum Sterben. Oh, fuck. Scheiße. Gut. Einer weniger. Wir müssen also unbedingt dieses Gas stoppen, so wie ich das sehe. Scheiße. Warte mal, wie kann ich denn nochmal die, die, ähm, Ding werfen? Da muss ich nochmal kurz auf die Steuerung schauen. Kampf, okay. Schießen, nachladen, RF. X, Ausrüstungsrad. Ah. Wunderbar. Das ist ja unglaublich, wie oft man hier stirbt. Das ist echt unglaublich. So viel Gegenwehr ist nicht normal. Bin ich mal der Meinung, das ist viel zu krass. Na, also nochmal selbe Scheiß hier rüber. Die Treppe hoch. Ich will mal versuchen, das Ganze nicht irgendwie auffliegen zu lassen. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe. Warum kriege ich denn eine Scheiß-Waffe nicht? Ich finde das so gemein. Jawoll, das ist ein Takedown. Komm schon, nimm den Scheiß. Heilen. Fuck. Okay. Den Typ hole ich mir auch noch, Freunde. Keine Sorge. Ihr werdet alle noch dran glauben. Ich muss nur endlich da zu dem Punkt hin. Also hier haben wir noch was zum Aufsammeln. Ja, es müsste eigentlich genug sein. An Munition. 140 Schuss. Okay. Heilen, heilen, heil dich doch. Fuck, ich hab nichts mehr zum Heilen. Fuck. Komm schon. Scheiße. Ich hab wieder viel zu wenig Leben. Das gibt's nicht, oder? Scheiße, noch ein Gegner. Mann! 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 Das ist echt brutal. Jo, und wieder ein weiterer Bereich, der uns gehört. Super. Das haben wir richtig gut gemacht. Chemikalien sind voll. Munition, ja gut. 75 Schuss, besser als nichts. Gut, Jobs haben wir anscheinend. An die Wachposten haben wir noch einen. Und zwar, wollen wir... So, Tabulatum, eine Mission verfolgen. Das Ganze ist hier, das heißt, wir müssen wieder zurück. Das sind aber nicht viele Meter. Was ist das nur... Was macht die denn? Scheiße. Ich merke gerade, dass es ein paar hundert Gegner zu viel sind. Scheiße. Fuck. Das ist nicht wirklich, es ist nicht delt. Tabulatum. Tabulatum. Das wird, da werde ich sterben, das ist klar. Ich werde sterben, ganz klar. Okay, doch, ich werde mich hier ein bisschen in Deckung wiegen. Gut, zwei sind tot. Keine Munition, scheiße, schnell. Fuck. Okay. Gut. Scheiße. Scheiße. Ich kann mich nicht mehr heilen, das ist richtig zum Kotzen. So. Das klappt schon mal ganz gut eigentlich. Also ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich bis jetzt überlebe. Fuck. 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 Fuck, renn doch mal. Scheißdreck. Fuck. Boah. Ist das heftig. Nein, es war so klar. Fuck, ey. Da stehen die zu zweit. Ja, nicht den Hauch einer Chance, Freunde. So, und jetzt alles nochmal von vorne. Es ist wenigstens Tag. Das finde ich bedeutend angenehmer. Das Problem ist einfach viel zu wenig Munition. Das ist wirklich schlimm. Ah, okay. Was war das denn? Für ein, äh, eine... Okay. Ich weiß nicht. Es ist wenigstens. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr schossen wie ich hier bin. Oh, nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr schoss. Ich weiß nicht, dass ich es nicht mehr schoss. So schnell die Munition mitnehmen, weil wir müssen schnell wieder irgendwo unter das Dach rein, wo sie uns nicht finden können. Gut. Wo ist denn jetzt überhaupt das Hauptziel? Ach, ist das der Unruheheld oder was? Ich habe schon noch einen Schuss und dann ist er weg. Bewegung und Feuer. Ja. Puh. Das Luftschiff kommt scheiße. Gut. Da oben, ah, da stand noch einer, okay. Also so viel Munition hatte ich noch nicht, aber 158 Schuss sind für die MP jetzt auch nicht gerade viel. Boah. Vielleicht werden wir es doch so machen, dass wir die Folgen auf 20 Minuten ausdehnen. Mal schauen. Ich werde mir das überlegen, weil mit 15 Minuten ist es so, man kann da nicht so viel anfangen. Im MLS ist das was anderes. Gut, und Freunde, jetzt müssen wir uns wieder, wie gesagt, um das da drüben kümmern. Das ist ein bisschen krasser. Ich muss noch mal kurz auf die Karte schauen, ob das wirklich unser Ziel ist. Ne, Tatsache, es ist unser Ziel. Das Symbol ist, ja, es wird heikel. Es wird heikel, das kann ich euch garantieren. Gut, ich habe es schon mal bis hierher geschafft. Ich werde jetzt wirklich nur mal kurz versuchen, die Grafik in der nächsten Folge runterzudrehen. Oder nach diesem, nach diesem, äh, Impulsionspunkt. So, ihr Wichser. Jetzt komme ich euch holen. So, jetzt könnt ihr gleich heimgehen. Boah, der war knapp. Wow. Das war knapp. Das war einfach klar, Freunde. Es war so klar, dass jetzt wieder einer kommt. Ich weiß nicht, ich muss mir unbedingt diese Medi-Bags beim nächsten Mal mitnehmen. Wieder fünf Stück, sonst schafft man das nicht. Freunde, in der nächsten Folge geht es weiter. Dann werden wir das nochmal versuchen. Bis dann. Tschüss.